Tim, der Beschützer des Labyrinth des Piratenkönigs Eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder Tim, ein mutiger Junge mit einer unbändigen Neugier, stieß eines Tages in einer alten, verstaubten Bibliothek auf eine geheimnisvolle Schatzkarte. Sie zeigte ein komplexes Labyrinth, das zu einem versunkenen Piratenschatz führen sollte. Voller Vorfreude machte er sich auf den Weg, um das Geheimnis zu lüften. Das Labyrinth war ein verwirrendes Gewirr aus dichten Hecken, tiefen Gräben und hohen Mauern, das sich über eine verlassene Insel erstreckte. Kaum hatte Tim einen Fuß in das Labyrinth gesetzt, als er auf einen riesigen, knurrenden Riesen stieß. Halt, Broaddizer, keiner kommt an meinem Schatz vorbei. Tim war zwar erschrocken, doch sein Abenteuergeist siegte. Er bot dem Riesen an, ihm eine spannende Geschichte zu erzählen. Der Riese war so fasziniert, dass er Tim schließlich passieren ließ, allerdings unter einer Bedingung. Tim musste ihm später einen noch spannenderen Witz erzählen. Weiter im Labyrinth begegnete Tim einem alten Zauberer, der mit seinem langen weißen Bart und seinem funkelnden Zauberstab eine beeindruckende Figur abgab. Nur wer mein Rätsel löst, darf weitergehen, verkündete der Zauberer mit einer knarrenden Stimme. Nach einigem Überlegen gelang es Tim, die knifflige Frage zu beantworten. Als Belohnung erhielt er nicht nur einen Hinweis, sondern auch einen magischen Kompass, der ihm den Weg weisen sollte. Als nächstes kreuzte eine knurrige Hexe Tims Weg. In ihrem kleinen, krummen Häuschen brütete sie über einem geheimnisvollen Trank. Wenn du diesen Trank trinkst, darfst du weiter, sagte sie mit einem boshaften Grinsen. Tim war skeptisch, doch der Gedanke an den Schatz trieb ihn an. Der Trank schmeckte ekelhaft, aber er hielt durch. Als Nebenwirkung bekam er jedoch vorübergehend die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Nachdem Tim auch die Hexe überlistet hatte, erreichte er schließlich das Zentrum des Labyrinths. Dort, umgeben von alten, verrosteten Schatztruhen, wartete der letzte Wächter. Ein kleiner, aber äußerst schlauer Kobold. Mit schnellen Bewegungen versuchte der Kobold, Tim den Schatz zu entreißen. In einem spannenden Wettlauf gelang es Tim jedoch, den Kobold zu überlisten und die größte Truhe zu öffnen. In der Truhe fand Tim nicht nur Gold und Juwelen, sondern auch eine alte Seekarte, einen Kompass und ein Tagebuch des Piratenkönigs. Mit diesen Schätzen ausgerüstet, konnte Tim nun seine eigene Piratenabenteuerreise beginnen. Doch da er dem Riesen noch einen Witz erzählen musste, kehrte er zurück und brachte den Riesen zum Lachen. Und so endete Tims Suche nach dem versunkenen Schatz. Aber seine Abenteuer hatten gerade erst begonnen. Denn wer weiß, welche Geheimnisse noch in den Tiefen der Ozeane verborgen liegen. Und vielleicht würde Tim ja eines Tages auch den anderen Kreaturen im Labyrinth einen Besuch abstatten und ihnen von seinen neuen Abenteuern erzählen. Tims Leben hatte sich grundlegend verändert. Aus einem neugierigen Jungen war ein mutiger Beschützer geworden. Das Waisenhaus florierte unter seiner Obhut. Die Kinder liebten ihn für seine Geschichten und seine Abenteuerlust. Doch Tims Herz gehörte immer noch dem Labyrinth und seinen geheimnisvollen Bewohnern. Mit der Zeit lernte Tim die Kreaturen des Labyrinths immer besser kennen. Er entdeckte, dass jede von ihnen einzigartige Fähigkeiten und eine reiche Geschichte hatte. Die Feen konnten die Zukunft voraussagen, die Minotauren waren ausgezeichnete Krieger und die Kobolde waren Meister der Tarnung. Gemeinsam bildeten sie eine starke Gemeinschaft. Doch die Ruhe im Labyrinth wehrte nicht lange. Ein neuer Feind tauchte auf. Ein Schattenwesen, das sich von den Ängsten und Zweifeln der Kreaturen ernährte. Es verbreitete Dunkelheit und Misstrauen im Labyrinth und drohte, alles zu zerstören, was Tim aufgebaut hatte. Um das Labyrinth zu retten, musste Tim eine schwierige Entscheidung treffen. Er musste die Kreaturen des Labyrinths vereinen und ihnen zeigen, dass sie stärker waren, wenn sie zusammenhielten. Mithilfe eines alten magischen Buches, das er im Labyrinth gefunden hatte, gelang es ihm, die Kreaturen zu inspirieren und ihnen neuen Mut zu geben. In einer großen Schlacht gegen das Schattenwesen traten die Kreaturen des Labyrinths vereint auf. Es war ein erbitterter Kampf, doch am Ende siegten sie. Das Schattenwesen wurde besiegt und das Labyrinth war wieder sicher. Tim war stolz auf seine Freunde und auf alles, was sie gemeinsam erreicht hatten. Er wusste, dass seine Abenteuer noch lange nicht zu Ende waren. Das Labyrinth war ein Ort voller Wunder und Geheimnisse und es gab immer noch viel zu entdecken. Ende Du findest diese Geschichte interessant, dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch Klick oder ein Teilen des Videos. Schau dir den Kanal an und abonniere den Geschichtenboot. Das war die Musik mit der Anstiegung des Labyrinths. stallt die Anstiegung des Gäste des Gäste des Jahres. Das war die Flatellen des Gästees des Labyrinths. Wir haben da die Stelle auch ein 뚫糊ation des Gästees des Gästees des Gästenes.